Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Fußball-Challenge Mit dabei ist er Leo Und dann der Mikro Und der Hubelbär Ok Leute, heute machen wir drei Challenges Und zwar die erste Challenge Lattenschießen Wie man sehen kann, die sind auf einem geilen Fußballfeld Nicht Und wir machen alle Lattenschießen Jeder darf fünfmal schießen Immer hintereinander Jetzt machen wir Xingqiu Xiong Und wer auf jeden Fall erst anfängt Und der letzte anfängt Oh mein Gott, ok Ok, wir machen Xingqiu Xiong Nein, ok Erster er, dann er Und dann ich, dann er Ok, let's go Und übrigens Leute Der Typ ist Torwart Also er ist scheiße Ah, der Justin Bye, have a great time Leute, übrigens Meine GoPro ist am Marsch Also halt Die GoPro ist am Marsch Die hat sie abgeschossen Ah, der Justin Sie ist geschossen Oh, der Justin Oh 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 Eliminiert GoPro Ok, ok, let's go Ganz entspannter Rad Ah, mit Kleid Oh 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 Der zweite. Der zweite. Boah, klar, Leute, ich hab erstmal... hab ich mich noch nicht vorgewärmt. Aber jetzt kommt... Was ist... Was ist... Was ist... Hier stinkt richtig nach Kuhscheiße. Wollt ihr mich verarschen oder... Hat der grad getroffen? Ja. Okay, Leute, ich muss treffen. Wenn ich nicht treffe, hab ich auch verkackt. Ist mir egal, aber bei Freistoßschießen werde ich gewinnen. Oh, Ansage? Druck, 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 Druck. Alles nur in den Druck. Humle, was ist mit dir? So, Leute, leider hat Pummel gewonnen. Hallo. Und jetzt gehen wir zur zweiten Challenge. Unsere zweite Challenge ist Freistoßschießen. Und wer wird gewinnen? Natürlich ich. Werden sonst. Ich hab Freistoßschießen, also wer ist halt... Also komm, geh in den Tor. Ich hasse den Tor. Und der Niklas im Tor. Er ist halt scheiße egal. Wir machen Ruhe, Gewalt. Perfekt. Okay, Leute, jetzt kommt... Ein heftiger Schoss. Tschau. Bundebär. Ich weiß, wir haben ein bisschen verschoben, weil... Man hat das nicht gesehen. Und tut mir leid, wenn man es nicht gesehen hat. Und jetzt geht's weiter. Du deinen Aufnehmer halt, halt die Fresse. Und jetzt geht's weiter. Oh, du... Oh, du... Ich will lieber nichts sagen, aber... Ich treffe. Ich warte mal. Okay, ich... wehe mir das nicht. Oh, going on. Oh, oh... To, war das mal richtig scheiße? Jo, da haben sie recht. Yeah, oh... Oh, oh... Ich hoffe, er trifft dich. Ich hoffe es. Ich hoffe, er verkackt und polzt Nico in die Fresse. Was laufest du? Er ist Türke. Er ist Türke. Warum haltest du so wenig? 3-1-1, oh mein Gott. Warum haltest du so wenig? Ich weiß auch, wo eigentlich schon was gerufen hat. Halt den! Oh! Oh! Junge! War echt lustig. So Leute, wir sind jetzt mal an der dritten Challenge. Der Gewinner von der zweiten natürlich. Hummelbär. Was ist denn sonst? Sein Kanal, er kann alles ohne. Jetzt machen wir eine Challenge. Einer steht halt am Tor. Der Nico geht schon mal ins Tor. Die brauchen wir eh nicht mehr. Einer von uns wirft den Ball. Und derjenige muss halt aufs Tor schauen. Dann muss ich mal reinballern. Ich werde das eh schon sehen. Das ist eh einfach. Also Hummel gewinnt. Hummel! Was ist mit dir? Doch! Doch! Oh! Ester! 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 Weißt du? Das war glück! Kennt ihr diese kleinen Kinder? Was immer Maisy ist, gucken sie so cool. Aber eigentlich bin ich cool. 1-1-2, wieder gleicher Stand wie beim letzten Challenge. Ich glaub, Humble gewinnt, Alter. Weil das ist halt Humble. Weil Humble können das, ne? Weil jetzt mach ich ein Tor rein. Ich muss eigentlich Humble eigentlich schon anfangen. Irgendwann musst du anfangen. Und liken. Nur wenn er trifft, wenn ich dann nicht. Schau mal, wie der verzweifelt. Hey, den muss man doch aufbauen. Komm, lass uns mal machen. Guck mal, er trifft er nicht. Guck mal, er meint ja das Büro. Und wollen über mich reden und jetzt nicht mal... Oh, guck mal, guck mal, wo der Ball ist. Viel Spaß zu holen. Ach so, dann bist du dran. Ja, gleich. Wie schalt's raus? Meine Fans. Stimmt, das sein kann er natürlich, ne? War echt lustig. Aber naja, war okay. Oh, der war... So, Leute, das war's mit diesem Fußball-Challenge. Leider haben wir keine guten Tore geschossen. Vielleicht zwei Tore, aber ist nicht schlimm. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Schreibt's Challenge, Vorschläge in die Kommentare. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und tschau! Vielleicht ist das... Scheiße. Tschau, Leute.